Polizeiberichte Berlin 23. April 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Festnahme nach Schuhdiebstahl Nummer 0605 Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Diebstahls nach Hakenfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 42-jähriger Mann gegen 19 Uhr versucht haben, zwei Paar Schuhe sowie eine Handtasche aus einem Schuhcenter an der Streitstraße zu entwenden. Zwei Mitarbeiterinnen im Alter von 29 und 46 Jahren bemerkten das Vorhaben und stellten den Tatverdächtigen gemeinsam mit einem Zeugen auf dem angrenzenden Parkplatz. Als die hinzugerufenen Einsatzkräfte eintrafen, leistete der Mann erheblichen Widerstand. Dabei verletzte er zwei Beamte am Kopf und an der rechten Hand, wodurch einer der beiden Verletzten seinen Dienst beenden und sich in ein Krankenhaus begeben musste. Der Tatverdächtige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2, West, überstellt, das nun die weiteren Ermittlungen führt. Bericht, Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt Nummer 0606 In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall in Tiergarten alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 19-jähriger Autofahrer gemeinsam mit einer 22-jährigen Beifahrerin gegen 22.40 Uhr aus dem Tunnel Tiergarten kommend versucht haben, nach links in die Straße Camperplatz einzubiegen. Dabei habe er einen 32-jährigen Motorradfahrer übersehen, der ihm aus der Ben-Gurion-Straße entgegenkam. Es kam zur Kollision, wodurch der 32-Jährige sich beide Unterarme brach. Er kam zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus. Auch die Beifahrerin des 19-Jährigen erlitt bei dem Unfall Schmerzen im Hüftbereich, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2, West. Bericht, Einsatzkräfte angegriffen Nummer 0607 Mehrere Unbekannte griffen gestern Abend Einsatzkräfte in Friedrichshain an. Insgesamt erlitten elf Polizistinnen und Polizisten Verletzungen, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Zunächst bemerkten Mitarbeitende eine Einsatzhundertschaft im Rahmen der Streifentätigkeit rund 70 Personen, die gegen 21 Uhr am Forkenbeckplatz zusammenkamen. Etwa 30 von ihnen liefen kurz darauf zur Kreuzung Liebig-Ecke-Rieger-Straße, nachdem dort eine Feuerwerksbatterie gezündet worden war. Im weiteren Verlauf wurden die Polizeikräfte gegen 21.20 Uhr an der besagten Kreuzung von den Dächern der Wohnhäuser mit Feuerwerkskörpern beschossen. Dies wiederholte sich rund zehn Minuten später an der Kreuzung Zelle-Ecke-Rieger-Straße, wobei auch ein Einsatzfahrzeug getroffen wurde. Zwischenzeitlich konnten in den umliegenden Straßen etwa 60 Personen festgestellt werden, die in Kleingruppen ziellos umherliefen. Eine zunehmende Polizeipräsenz führte schließlich dazu, dass sich die Personen nach und nach entfernten. Gegen 22.30 Uhr beschossen fünf Personen in der Riegerer Straße die Einsatzkräfte mit Pyrotechnik und sprühten den Inhalt eines Feuerlöschers in ihre Richtung. Elf Polizistinnen und Polizisten wurden durch das Einatmen des Löschpulvers verletzt, konnten aber im Dienst verbleiben. Die angreifende Gruppe entkam unerkannt. Etwa 20 Minuten später beschossen unbekannte sich an der Kreuzung Liebig-Ecke-Rieger-Straße aufhaltende Dienstkräfte erneut mit Feuerwerk, wobei ein Kollege getroffen, glücklicherweise aber nicht verletzt wurde. Anschließend beruhigte sich die Lage. Während des gesamten Einsatzverlaufs wurden im Rahmen der Gefahrenabwehr bei elf Frauen und sechs Männern die Identitäten festgestellt. Darüber hinaus wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung eingeleitet sowie zwei Rauchkörper sichergestellt.